So! Guck mal, das ist scheiße. Das fühlt sich allein scheiße an. Das hier fühlt sich auch besser an. Ich sollte das nicht so testen. Machen wir mal eine Fessel? Hier mit? Warte, ich nehme ein dünneres. Ich kann nicht fesseln. Kannst du fesseln? Nee. Wie ging das noch mal? Man kann so machen, wenn man so macht. Und so macht. Okay, doch, ich hab was. Wenn du jetzt deine Finger dazwischenmachst. Ja, okay. Warum weißt du das? Weil ich früher viel im Klettergarten war. Ah, ja, okay. Im Seilpark.